Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Lektion zur Geschichte der Mathematik. Nachdem wir uns in der ersten Lektion mit den Hochkulturen auf dem Gebiet Mesopotamiens beschäftigt hatten, soll es heute um die sich etwa zeitgleich entwickelnde Hochkultur in Ägypten gehen. Auch diese Lektion ist wieder in fünf kürzere Kapitel gegliedert. Nach einem kurzen historischen Überblick werden wir uns mit dem Zahlzeichensystem der Ägypter der altägyptischen Art Brüche darzustellen und mit ihnen zu rechnen und mit der Geometrie beschäftigen. Bei den Ägyptern gibt es ähnlich wie in Mesopotamien neben diesen geometrischen Kenntnissen auch solche Techniken, die wir heute in dem Bereich der Algebra einordnen würden. Unser besonderes Augenmerk wird dabei der sogenannten Hau-Rechnung gelten. Doch zuvor vielleicht wieder ein paar Worte zur Quellenlage und zur Geschichte des alten Ägypten. Die Quellenlage zur Geschichte des alten Ägypten ist so ein bisschen ambivalent und was die mathematischen Dokumente anbelangt auch erheblich schlechter als die für das frühgeschichtliche Mesopotamien. Es ist uns von der alten ägyptischen Kultur zwar einiges an teils sehr beeindruckenden Artefakten überliefert, diese stammen aber weit überwiegend aus Grabanlagen. Das Gebiet, wo es in Ägypten überhaupt fruchtbares Land gibt, ist über die Jahrtausende so kaum verändert ein mehrere Kilometer breiter Streifen rund um den Nil herum. Daher wurden alte Siedlungsstätten immer wieder überbaut und es ist auch kaum möglich, in diesem Gebiet Grabungen durchzuführen, weil da eben heute auch noch Menschen leben. Anders als von den in der Regel etwas abseits dieses fruchtbaren Streifens gelegenen Grabstätten verfügen wir also über sehr wenige Artefakte, die aus der weltlichen Kultur des alten Ägypten stammen. Erschwerend kommt dann noch hinzu, dass in Ägypten auf Papyrus geschrieben wurde und Papyrus muss schon sehr günstige, vor allem trockene Rahmenbedingungen vorfinden, um sich so ein paar Jahrtausende zu erhalten. Da ist Ton halt eben einfach sehr viel pflegeleichter. Zu dieser Quellenlage hält die Mathematik-Historikerin und Ägypten-Expertin Annette Imhausen fest, ich zitiere, die Artefakte, die zumeist aus Grabschmuck und anderen Gegenständen bestehen, die das Leben nach dem Tod sichern sollten, können ein Bild einer ägyptischen Kultur vermitteln, die sich vermeintlich ausschließlich auf den Tod und das Leben nach dem Tod konzentriert hat. Das ist nun offensichtlich so ein Fall von Observation Bias. Stellen Sie sich mal vor, von unserer heutigen Kultur würden nur Kirchen, Moscheen, Synagogen und Friedhöfe überdauern. Würde das dann ein angemessenes Bild unserer Alltagskultur vermitteln? Welche mathematischen Zeugnisse konnte man dort überhaupt finden? Wir können also froh sein, dass uns überhaupt etwas überliefert wurde. An mathematikbezogenen Quellen sind wir für das mittlere Königreich, das so knapp 400 Jahre überdauerte, auf etwa 15 Papyri, eine Lederrolle und einer Holztafel als einzige Quellen angewiesen. Erst für die griechisch-römische Zeit verfügt man über eine mit Mesopotamien in etwa vergleichbare Quellenlage. Zu dieser Zeit hat aber eben auch bereits ein sehr reger Austausch mit Gelehrten aus Griechenland und Mesopotamien stattgefunden, so dass die Quellenlage für genuin ägyptische Mathematik eher schmal bleibt. Mathematik entsteht vermutlich, wie auch in Mesopotamien, einerseits aus der mit der Verstädterung einhergehenden Verwaltungstätigkeit und andererseits ist Mathematik bedeutsam für Handwerk und Technik, sei es das Errichten von Gebäuden, die Metallverarbeitung oder seien es medizinische Rezepturen. Unsere ältesten mathematikbezogenen Funde datieren auf die Frühdynastien, also die Zeit der ersten Pharaonen. Zu nennen ist hier die Grabanlage um El-Quab in der Nähe von Abydos, wo wir erste Zeugnisse von Zahldarstellungen finden. Man unterteilt dann die ägyptische Geschichte zwischen 2686 und 1069 vor unserer Zeitrechnung in insgesamt drei Reiche, das Alte, das Mittlere und das Neue Reich, sowie drei Zwischenzeiten, die letzte Zwischenzeit ist eben nach diesem Neuen Reich. Die drei Reiche bezeichnen dabei jeweils Perioden, in denen ganz Ägypten unter einem einzelnen Pharao vereint ist. Die Zwischenzeiten, das sind dann Perioden kriegerische Auseinandersetzungen, in denen das kulturelle Leben und der technische Fortschritt weitgehend zum Erliegen kommen. Eine erste kulturelle Blüte erlebt Ägypten im Alten Reich. Aus dieser Zeit stammt auch die älteste Pyramide in Djoser. Zu dieser Zeit dürfte sich in Ägypten auch der Schand der Schreiber entwickelt haben, als eine für Verwaltungstätigkeiten wichtige Bevölkerungsgruppe, die eben Lesen, Schreiben und Rechnen konnten. Man geht heute davon aus, dass diese Gruppe etwa ein bis fünf Prozent der Erwachsenenbevölkerung ausgemacht haben dürfte. Das hört sich erst einmal wenig an, allerdings entspricht das in etwa der Quote der Maturanten Preußens im 19. Jahrhundert. Gendern ist hier gar nicht erforderlich, da Gymnasialbesuch für Mädchen in Preußen erst Anfang des 20. Jahrhunderts möglich wurde. Aber zurück zur ägyptischen Geschichte. Die Hauptquellen der altägyptischen Mathematik stammen aus dem Mittleren Reich und stellen Probleme und Tabellen dar, die vermutlich in der Ausbildung der Schreiber zum Einsatz kamen. Wenn sie so wollen, sind das also alte Schulbücher. Die umfangreichste Einzelquelle ist der nach dem schottischen Anwalt und Antiquar Alexander Henry Rind benannte Papyrus, welcher von Rind 1858 in Luxor in Oberägypten erworben wurde. Den schauen wir aber gleich noch genauer an. Wir verfügen zudem noch über einige mathematische Tabellen und Problemtexte aus der griechisch-römischen Zeit. Diese Zeit kennen einige von ihnen vermutlich vermittelt über die Asterix-Comics. Hier findet sich übrigens die erste dokumentierte Verwendung des Satzes von Pythagoras. Dass altägyptische Seilspanner den Satz von Pythagoras beim Bau der Pyramiden einsetzten, darf man also wohl in das Reich der Legenden verweisen. Und ein Copyright auf den Satz können die Ägypter schon wegen des zu dieser Zeit ja regen Austauschs mit den Mesopotamiern und Griechen sowieso nicht für sich beanspruchen. Wenden wir uns also lieber der umfangreichsten Einzelquelle, dem besagten Papyrus Rind, zu. Politisch korrekter sollte man eigentlich vom Papyrus Ames reden, denn Ames ist der Autor des Papyrus, beziehungsweise eigentlich sein Konservator, denn Ames gibt auf dem Papyrus an, einen etwa 200 Jahre alten Papyrus kopiert zu haben, schrammt also noch einmal so knapp am ältesten dokumentierten Plagiat vorbei. Von dem Papyrus sind ein 3 Meter langes und ein 2 Meter langes, jeweils 32 Zentimeter hohes Stück erhalten. Dazwischen fehlen vermutlich so 18 Zentimeter, die bei Restaurationsarbeiten beschädigt wurden, wo das dann in diese zwei Hälften gebrochen ist. Sie müssen sich diese 5 Meter dann halt aufgewickelt auf so eine Schriftrolle vorstellen. Der Papyrus enthält insgesamt 64 vollständig durchgerechnete Beispiele oder Probleme und einige Tabellen. Als Anwendung werden Probleme der Feldvermessung erforderlich nach den jährlich wiederkehrenden Nilüberschwemmungen, die Berechnung von Steuern und Abgaben, die Berechnung der Verpflegung für Heere, die Berechnung der Größe von Vorratsbehältern und die Projektierung von Bauwerken behandelt. Aufgrund des enthaltenen Zahlenmaterials und einiger anderer Eigenschaften kann man allerdings erahnen, dass es sich in vielen Fällen eher so um eingekleidete Aufgaben als wirklich um echte praktische Probleme gehandelt haben dürfte. Sie haben vielleicht bemerkt, dass ein Teil der Schrift auf dem Papyrus in Rot und ein Teil in Schwarz ist. Dies dient in der Tat der gezielten Hervorhebung, die Farbigkeit also explizit didaktische Funktionen. Bevor wir uns einige der enthaltenen Probleme genauer anschauen, gehen wir aber noch mal knapp 1500 Jahre weiter in die Vergangenheit und besuchen das Grab UJ in der Nekropole um El Quab in Abydos. Aber das passiert dann schon im zweiten Kapitel, wo es um Zahlzeichen und Arithmetik gehen soll.